Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Linke will Vermögensteuer gegen Milliardäre reaktivieren. Die Linke nimmt die Reichsten ins Visier. Die Partei Die Linke geht auf Konfrontationskurs mit Deutschlands reichsten Bürgern. In einer aktuellen Erklärung fordert die Partei mehr Gerechtigkeit in der Vermögensverteilung und die Einführung einer Reichensteuer, ein Schritt, der die reichsten Deutschen betrifft. Die derzeitigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse seien ungleich und ungerecht, argumentiert die Partei. Die reichsten 10 Prozent der Deutschen besitzen etwa zwei Drittel des Gesamtvermögens, während die untere Hälfte gerade mal ein Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Diese Situation will Die Linke mit ihrer Politik ändern. Dazu plant die Partei, eine Reichensteuer einzuführen. Bei einem Einkommen von mehr als einer Million Euro im Jahr soll ein Steuersatz von 75 Prozent erhoben werden. Außerdem soll eine einmalige Vermögensabgabe von 5 Prozent auf große Vermögen erhoben werden, um den Staatshaushalt nach der Corona-Pandemie zu stabilisieren. Die Reaktionen auf den Vorstoß sind geteilt. Während die Partei mit ihrer populistischen Rhetorik bei Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung stößt, warnen Kritiker vor negativen Auswirkungen. Eine zu hohe Besteuerung könne dazu führen, dass vermögende Bürger das Land verlassen oder ihre Investitionen zurückfahren, warnen Wirtschaftsexperten. Zudem könnten die ehrgeizigen Pläne der Linken an der politischen Realität scheitern. Der Einzug in den Bundestag ist alles andere als sicher. Und selbst wenn die Partei es schafft, ist es unwahrscheinlich, dass sie genug Unterstützung für ihre radikalen Steuerpläne bekommt. Ungeachtet dessen bleibt die Linke bei ihrer Forderung und ruft zum Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit auf. Die Zeit für eine Umverteilung von Vermögen sei gekommen, so die Partei. Autor Anita Farke, Freitag, 19. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020